schnibbel die stappe und hallo rio und herzlich willkommen zurück zu let's play battlefield 4 multiplayer mit mir dem nefkara und mit mir und roxy story bist du chineser oder bist du US? das klang irgendwie ziemlich lustig bist du chineser? ich weiß es noch nicht ich glaube ich bin chineser ich hab noch nicht drauf geachtet ich bin chineser ja ich auch warum bin ich im selben squad keine ahnung ich bin gar kein squad ja ich auch nicht mach mal einen auf ich join dir nach yo hab einen aufgemacht golf und wir spielen nascher angriff und ich weiß nicht eroberung glaube ich direkt mal verpissen nicht direkt mal fast abgekratzt war ich nicht oft gepasst ab ja schmeißgranaten ja hobbydosenkinder ja ich bin direkt tot von deathbringer au 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 die leute finde ich geil deathbringer ich glaube das sind die die oft die haben dieses güg so wie der server auch hieß ich glaube das sind die admins ich glaube halt hier um b herum jetzt richtung b ich habe keine guten beruhten wenn leute ich bin battlefield echt eingerostet aber richtig übel aber das horde zeichen lustig übrigens wir haben nicht von den anfangen wir sind schon mittendrin ja ich weiß die haben 800 alter der läuft hier wird er den bitte getötet der geschieht oder was der war hier hat den getötet ist dann hier weggelaufen eine kugel hat nur getroffen von meinen ganzen eine und jetzt getötet ich würde es ja begrüßen wenn irgendjemand mal ein medic wäre aber hier ist einfach keine medics auch kein einziger ich fände es zum kotzen warum seid ihr nie medics ich werde euch gerne alle den arsch aufreißen eure und euch richtig derbe verprügeln wie geht das bitte ich hasse das nie nein ich würde nie mein leben überhaupt mehr als medics spielen bleibt mir mal wieder nichts anderes übrig als selbst medics zu spielen krieg kotzen war die das hier mit dem schaden jaja die war das ich meine ich spiele wirklich gerne medics kein thema aber ich finde es halt scheiße dass ich immer der einzige bin boah hier sind so viele von uns ist einfach niemand da mann sind das fucking viele vor allen dingen unser team in anführungszeichen wo ist das bitte ja nicht hier nicht gut ist das am spiel ich glaube wir konnten nicht mal a spawnen wir haben nämlich sonst nichts mehr außer vielleicht e und e ist ziemlich weit weg ich bin drauf ich wurde befördert wo waren wir hin ach das ist egal da wo wir wahrscheinlich erschossen werden ich kann mich auf der liste nicht sehen dich auch nicht das hat gerade das muster bekommen was du den dinge geben hast hat aber lang gedauert bis das geladen hat der mich jetzt platt gefahren ohne scheiß hallo danke wolltest du mal diesen komischen kleinen stein hier hochgehen what the fuck ja das problem war ich gerade auch manchmal sieht battlefield schon echt gut aus das gerade sah echt hübsch aus hier hoch zu laufen da unten geht echt die post ab vor euch ich bin direkt tot warum warum immer ich ich bleibe liegen ich will nicht wieder belebt werden da ich hätte liegen bleiben sollen aber ich wurde weggesnipert mit einer mg4 aus der aus knapp 100 metern oder so ja ich weiß ja nicht hier darf man nicht sniper ne ja frage ich mich gerade warum die anderen das aber naja die haben sich waffen so zusammengestellt dass die das theoretisch auch können ohne ein scharfschützen mehr zu haben bis jetzt bin ich regelmäßig gestorben hab eventuell ein k ich bin mir aber nicht sicher hauptsächlich bin ich tot gewesen wie sieht es bei dir aus bin auch schon ein paar mal gestorben hab aber auch schon ein paar kids gemacht ich hasse steine battlefield und die stein engine echt das ist ein kleiner mickriger stein nö ich kann den nicht mehr hoch ich bin direkt wieder tot dieser death bringer der tötet mich innerhalb von drei sekunden oder so mit der aws maximal wenn überhaupt ich hab ich hab echt nur kids wahrscheinlichkeit ist einfach bei 100 prozent dass ich keinen einzigen getötet habe kommen wir uns gerade hinter uns den hügel hoch gerannt und uns dann von da einfach mal weg zu ratzen alle naja da sind sie schon ich hasse das mann du hast wenigstens eventuellen kill oder zwei ich hab null ich hab wirklich null und die dominieren uns richtig übel seitdem wir drin sind macht das und hier sind auch direkt wieder welche auf wie kommen die immer so schnell hier hin keine ahnung ich check's nicht die haben sie geschmeidig einfach alles eingenommen innerhalb von sekunden bestimmt alter ich hab's doch schon wieder gesehen kugelhage ohne ende ist der tot? ja ab dem hofer ja ich bin doch schon drin aber bis jetzt ist das einfach nicht witzig kannst du bitte aufhören rumzuschießen ich hab dir die ganze zeit den kopf geschossen aber ich will einfach nicht sterben ich wollte wenigstens ein kill haben ja du sollst aufhören weil jetzt wissen die das wegkommen ach der hat doch schon hinter uns neben uns kämpft da die sau ich seh den doch schon die ganze zeit auf dem radar alter ich bin schon wieder fast tot leg dich doch hin leg dich doch hin ich hasse die engine man schweiß mich hier und dann so ne ich will jetzt sterben ich wollte nicht hinlegen alter die viele einfach davon ich hab einen kill gemacht alter der dieser AT703 von denen der hat 42-10 ich hab zwei kills ja warum wohne ich bei dir das ist doch voll Selbstmord gewesen 42-10 richtig behindert richtig behindert 33-7 finde ich aber auch richtig geil es gibt nur einen schlichten von den güks es gibt nur einen schlichten von den güks alter da kommt er doch schon da kommt er das ist so weh und wie kann die so viel ziehen ich krieg ein ich weiß nicht ich krieg nicht mal ne kugel ab aber auf einmal verziehe ich 100 meter oder so drüber ich bin übrigens wieder tot danke fürs wiederbeleben damit ich direkt wieder gestürtet werde alter ne dieser typ von uns der da oben hier am haus ist ne der typ nicht gekillt bekommen ich musste den töten und durfte noch zwei kugeln fressen ich bin 100 pro tot die ist einfach unpräzise warum sollte man überhaupt Versorgungsschrott spielen ohne Witz die verzieht so 100 km gefühlt pro Schuss ey ich will nie boah die ganzen Waffen sind so schlecht ich hab ich hab das Gefühl die Präzision von den Waffen ist einfach mal um 100% runtergedrückt worden gib mir die ACE die einzige Waffe die Präzision hat bis jetzt von denen ich heute gespielt habe die ist wirklich präzise der Rest war richtig Mist immerhin ich kann man in der Liste sehen mit 8,9 du hast doch voll die gute Statistik da bildst du eigentlich relativ meine ist dagegen richtig richtig schlecht man stirbt doch bitte einfach das kann doch nicht sein weißt du habe ich eine präzise Waffe dann macht die aber keinen Schaden an dem und dann werde ich von hinten erschossen Fickt euch alle Kill him Fick dich Kill him Fick dich echt ja ist klar man aber Battlefield hört man uns regelmäßig fluchen das ist einfach Standard es ist Battlefield ey der dreht sich um und gibt mir mit zwei Kugeln wie will der denn das überleben ich hab 70 Kugeln auf dem Gefühl abgefeuert ich hab der der hat mich vielleicht einmal oder zweimal getroffen wenn ich bin direkt tot Killhilfe ich sag nur Killhilfe ich bin natürlich jetzt wieder tot weil die kam ja als 3er gespannt direkt vor mich direkt vor mich direkt an meinem Spawn direkt an meinem Spawn 3er gespannt direkt ich will es ja ich will es nur betonen ich weiß nicht ich weiß ich flame gerade viel aber guckt euch das einfach an ernsthaft das ist wohl die Definition für diese Idioten für Spaß ich bin bestimmt schon wieder tot natürlich bin ich wieder tot seid ihr zu doof um den zu erschießen jetzt mal ohne Witz meine Fresse hast du gerade mit dem Mörser erschossen? nein du bist in Todes na bei mir steht dass du gleich stirbst Warnung und so Warnung heißt nur dass es gerade sehr gefährlich ist ja bis jetzt bedeutet Warnung hier immer direkt sterben direkt sterben willst du mich das geht gar nicht wie soll der mich ich hab 100 life ich komm neben den greift den an und der killt mich trotzdem das geht gar nicht das geile ist ich will den auch töten das ist dieser Artity-Typ das geht gar nicht das ist übelster Cheater muss das sein das geht gar nicht anders hallo als das gerade bei mir war ich wollte den gerade erschießen weil du das ja weil du den ja schon so stark angesoftet hattest eigentlich dann schieße ich auf den und keine meiner Kugel trifft den ohne Witz der steht direkt vor mir und angeblich hat keine getroffen und der hat 7 HP und tötet mich direkt das ist so witzlos der Typ das ist doch nicht realistisch nur weil der am Stein stand oder was jetzt mal ganz ehrlich das Spiel kann mir nicht erzählen dass dieser Stein der einen Meter neben den Schott die Kugeln abgefangen hat war wahrscheinlich bei dir auch das ist ein Magnetische Stein der alle Kugeln an es ist toll dass die alle hier steht ja damit bestimmt noch ein paar Mal weiter reinmörsern um uns alle hier weg zu fetzen das ist super echt top jetzt kommen sie von rechts geh mir aus dem Weg hey dann campt ihr da schon ohne Witz dreh dich nicht nach rechts die campen da die liegen da schon in der Ecke boah Camper Motherfucker ja er betont es gerade richtig gut weil das ist korrekt es ist echt Camper Motherfucker und zwar richtig übel sorry dass ich dich mit so wenig live wieder gold habe ich habe echt das Gefühl dass hier noch mehr sind Kollege ich habe dir aber was zum Leben sehr gerne angeworfen aber wie lustig wir sind am gewinnen ich kann das irgendwie nicht ganz anvollziehen weil eigentlich nehmen die uns vor auseinander die scheinen keine Punkte einzunehmen oder zu halten boah endlich habe ich mal einen Key gemacht fuck ey Tick dich da ey der spielt mit der Ska H mit der Ska ne was wie hieb dmr aber Ska H ist keine Sniper ne wie hieß nochmal die Sniper Form davon ist auch die Ska die Ska H ja aber die hatte so einen extra beiläufigen Namen nicht H sondern einen anderen ne das ist eine andere Version davon die lebt denn doch wieder bei irgendwas genau und sagt jalla ja wir spielen ohne Sniper damit niemand weiß dass wir Aim-Bots benutzen und zwar ohne Scheiß ist das nicht gerade ein Grund dass man das doch besser sieht dass die Aim-Bots benutzen mit dem Sniper wäre das nicht ganz so aufgefallen ich wollte gerade sagen mit dem Sniper wäre das ja nicht ganz so übel aufgefallen wenn man da einen Aim-Bot benutzt dann könnte man sagen ja Quickscore-Puchen so ein Kind oder sowas wir haben die Kontrolle über Einsatzstil Bravo Tick dich da bestimmt direkt tot bestimmt direkt tot ich weiß nicht wo ein Gegner ist aber bestimmt bin ich direkt tot ich lebe noch ich lebe noch bei Alter willst du mich verarschen Alter ihr müsst direkt einer vor mir stehen wo ist der denn dann ist der unten im Gang vielleicht wie können wir eigentlich gewinnen vor allen Dingen relativ gut Abstand ausgebaut aber ich checke nicht wo die sind die müssten wirklich in diesem Gang sein als sie raus kommen der wird richtig hart jetzt penetriert ich will da gar nicht runter ich will da nicht runter ich will da nicht runter geh weg ich hab doch grad ich hab doch grad nur für jemand eins ich hab auch einen Sniper gehört ich hab doch sogar diesen schießen Alter weg ja toll direkt weißte wie oft kann der denn mit der schießen ich kann mit Mörser vor allen Dingen wie oft darf der bitte schießen Pok 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 will der mich verarschen oder was jetzt mal ohne Witz ich will auch mit Mörser spielen das ist nicht mehr lustig ist nicht mehr lustig neben dir stand grad ein Gegner hast du den ignoriert du hättest den sogar messern können den hab ich grad neben dir erschossen direkt neben dir echt? jaaa du hast einfach nur lang gelaufen du hast wahrscheinlich erst mehr verwendet und ich dachte so es ist einer und du lässt den einfach stehen da hab ich den erschossen jetzt reicht es mir joa der trifft mich aus der Entfernung what the fuck wie macht denn ey der schießt durch den Boden jetzt mal ohne Witz das ist doch nicht mehr feierlich der hat grad durch den Boden durch mir fast nen Headshot gegeben jetzt erstmal den Mörsertypen zuhören hey das kann einfach nicht wahr sein ey Leute man sieht mich 6.15 ich bin jetzt 6.16 ist das nicht ne tolle Statistik ich weiß sie ist toll immerhin sieht man mich ey jetzt ohne Witz das Spiel hat grad das Haus behandelt als wärs noch da ich hab auf den geschossen und die nicht vorhandene Decke hat die Kugeln abgefangen das hat man sogar gesehen willst du mich eigentlich verarschen was wie ist das denn programmiert alter schämt ihr euch nicht noch das laundern ja nöソ programmiert was tausend Jahre 就是說 nö wir Regen nicht gelernt, wie man programmiert. Manu, lass uns in Ruhe. Ja, klar. Ist logisch. Ist logisch. Meine Fresse, ey. Gleich schläf ich hier irgendwo. Mann, wie kann ich immer nicht sterben? Hier sind Überkepper. Ja, belebt mich auch wieder. Ich hab's doch gehört. Ja, geil. Ich wurde spawned. Ich spawned drei Leute vor mir. Rat mal, wer keine Chance hat. Ja, dein... Leute, wir können da nicht mehr spawnen. Ey, die besiegen uns vielleicht doch noch. Die wollten uns nur so scheinen. Alter, ist hier gerade einer hier schon getötet worden? Willst du mich verarschen? Ja, ich bin hier. Ja, kann dort... Ne, toll. Yeah! Du hast schon einen. Kann ich bei dir draufklettern? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Schwimm ich halt. Ich glaub, wir verlieren das noch. Also, das war so... Das war hinterher, ne? Der Typ, die beiden, die hier aussteigen. Hammer geil! Jetzt bin ich unsichtbar. Ich konnte mich nicht mehr sehen. Da ist ein Stück Stein auf dem Boden gewesen. Deswegen bin ich voll aufgetaucht gerade. Da bin ich voll gegen geschwommen. Ich bin bestimmt tot. Hier sind doch bestimmt schon Gegner. Ich hör's doch. Ich weiß nicht, dass wir feindliche SG-Schütze sind. Ja, klar, gib dir mir ein Eldy. Gib dir mir ein Eldy. Logisch. Ja, Mann, ich hab einen mit Mörser weggeschossen. Fahr zur Hölle, du Bitch. Ach, lol. Mörser hat keine Kugel mehr. Darf man dich die ganze Zeit durchballern? Nein, du musst dir ein Ding-Pack da hinlegen. Ach, deswegen darf der dafür aber häufiger schießen, wa? Nein, die ersten drei Schüssel sind halt da. Und danach dauert das echt lange, bis irgendwas kommt. Ha, ich hab noch einen Kill gemacht, Lollmörser. Ist gar nicht so scheiße. Kegg doch, Speine! Ey, wir verlieren da recht noch. Ja. Wir haben jetzt wirklich verloren. Zeig doch nochmal einen auf der Map. Ja, und da ist vorbei. Ja. Loll hat Mörser drei, vier oder vier Kills gemacht. Mörser, beste Waffe, du spielst. Auf dieser Map, mit diesen Idioten, war das das Beste, was ich hätte machen können, wenn die Feuer schon tun sollen. Das war mein erster Mörser-Key. Und da die sich alle so klumpen, war das relativ einfach. Vor allem, du darfst das erste Mal ja dreimal direktballern, also papapapapapap. Ja. Wie sheeten ist der Mörser- Tschüss. Tschau.